Seit einem Jahr arbeitet Flora als Restaurantfachfrau in einem Hotel und möchte sich zur Sommeliere IHK weiterbilden. Doch wie wird man zu einer anerkannten Weinexpertin im Restaurant oder im Weinhandel? Fündig wird Flora beim IWI, dem International Wine Institute in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort belegt sie den Lehrgang zur IHK-geprüften Sommeliere. Jeden Montag und Dienstag sitzt sie gemeinsam mit bis zu zwölf Kommilitonen im Präsenzunterricht und lernt alles, was sie über Weine wissen muss. In modernen Tagungsräumen, direkt an den Weinbergen, lernt Flora von anerkannten und berühmten Fachexperten. Praxisnah wird der Unterricht durchgeführt. Exkursionen, Winzergespräche und repräsentative Degustationen gehören zum Kursplan. Durch den Unterricht vor Ort kann Flora sich jederzeit und völlig unkompliziert mit ihren Kommilitonen und Dozenten austauschen. Flora ist überrascht. Sie trifft neben Restaurantfachkräften, Weinhändlern, auch Köche, Winzer und Hotelfachmänner und Frauen. 240 Face-to-Face-Unterrichtsstunden, circa 350 repräsentative Weine, ein Praktikum im Weingut und sechs Monate später ist es soweit. Die Prüfung durch die Industrie- und Handelskammer steht bevor. Flora fühlt sich gut vorbereitet. Alle Unterrichtsinhalte konnte sie in Handouts nachlesen oder in der digitalen IWI-Lernwelt mit Tutorials, Videos oder Übungstests nacharbeiten. Flora besteht die Prüfung mit Bravour und darf sich fortan IHK-geprüfte Sommeliere nennen. Fordere jetzt deine persönlichen Studieninformationen unter seminare.ivii-sommelier.de an. Verde jetzt eine Diskussion zu sehen. Robertere jetzt deine vị prepare руumentconomisch! indeed eine producción sauer? Der contexto bee spray LOL.